willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja und hier muss ich tatsächlich nie wieder fahren also zumindest nicht so lange wie jetzt kein update kommt beziehungsweise man hat ja jetzt schon ein bisschen gemunkelt dass vielleicht doch die bilder hall 10 kommt aber es ist glaube ich doch noch in weiter ferne ich meine die entwickler hätten nach vor gesagt das ist nicht in planung und somit rückt das nachtdorf hier in jedem fall ja eigentlich leider immer noch so ein bisschen in den in den schatten des eigentlichen games ich meine wenn oder so weit zu kommen ist ja kein hexenwerk hier denn so lange wie es das jetzt auch schon gibt also es gibt mittlerweile super super viele leute die sich vor allen dingen den 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 otto hier erspielt haben ich mache jetzt in ort gerade mit meinem zweiten account er ist so schnell da eigentlich gerade wenn man hier so ein bisschen so des tages farben macht aber der olle clickbaiter torsten hier muss hier auch nie wieder fahren mehr so ein bisschen muss er noch fahren also ein ganz ganz klitzekleines bisschen aber es ist wirklich nicht mehr viel und ihr hattet das ja jetzt im laufe der wochen auch schon gesehen dass es bei mir hier in dieser base hier auch so ein bisschen dem ende zu geht und das ist auch das erste mal leute dass ich überhaupt fertig werde bevor ein neues update rauskommt das hatte ich glaube das habe ich noch nie gehabt auch das letzte update kam als ich immer noch etwas zu bauen hatte hier und habe den dann wieder hinterher gelaufen ich nenne das mal so dass ich den die updates immer hinterher gelaufen bin aber ich habe den klein übrigens heute auf englisch stehen denn ihr habt sicherlich etwas verpasst denn ich glaube diese wartung hier die ist an euch deutschen mal wieder vorbei gegangen und auch die ankündigung des des videos hier das war übrigens ein live stream der ging circa eine stunde und so krisen like also beide irgendwo in ihrem home spiel office und dann so ein real talk erhalten also question and answer und aber danach kam die wartung die ist im deutschen client nicht angekündigt beziehungsweise angezeigt worden also stell dir vor es ist wartung und keiner kriegt mit in deutschland also die wartung ist in jedem fall gewesen das haben wir aber in dieser woche ja glaube ich auch schon bei einigen anderen gesehen single inferno macht jetzt 100 dps weniger und 7 beziehungsweise level 7 skelettsauber zaubert jetzt 17 skelette und nicht mehr nur 16 skelette ich weiß nicht ob jetzt ist ein skeletter so ausschlaggebend ist der mauerbrecher oder die der mauerbrecher reduzierung der explosionsradius die reduzierung hier von 2 zu 1,6 feldern das ist nicht schlecht das ist eigentlich ist das ja wie soll man sagen eigentlich ist es eher ein buffer man den jetzt noch ein bisschen genauer setzen kann und deswegen ist das glaube ich eigentlich kein nerf sondern eigentlich ist es schon wie soll man sagen kleiner buff so will ich es jetzt auch nicht sagen aber in etwa so so ähnlich entschuldigt bitte den mini cut ich musste gerade eine heimische biene vertreiben aus meinem zimmer naja wenn ihr zumindest hier jetzt die events seht wir haben natürlich jetzt clanspiele und es gibt auch da neuerungen also bei den clangames das gab es dann wiederum auch im deutschen client ja manchmal wie gesagt leute stellt ruhig ab und zu mal um auf den englischen client was gibt es denn da eigentlich für news und im deutschen sind aber diese news wenigstens drin aber ihr seht hier ist noch das achtel finale cwc und zehn jahre supercell also es geht doch einiges an euch vorbei wenn ihr eigentlich ab und zu den client mal auf englisch stellt und es gibt hier ein paar änderungen bei den clanspielen ich habe das jetzt heute morgen noch nicht checken wollen für das löschen von aufgaben also da ist die zeit jetzt grundsätzlich zehn minuten finde ich auch sehr sehr fair denn jedes mal wenn du gelöscht hast hast ist die zeit ja nach nach oben gegangen und irgendwann hast du dann sag mal einen halben tag gewartet bevor das nächste clanspiel machen konntest und es gibt ein paar änderungen bei den punktebelohnungen aufgaben typen geben jetzt mehr punkte haben aber auch eine etwas geringere chance in der aufgaben rotation ja wer zuerst kommt mal zuerst ist dann das motto würde ich mal so sagen und ich habe nämlich heute morgen schon mit einem anderen account dieses ding gemacht wo man eigentlich immer 50 punkte gab fünf hindernisse absammeln das gab heute morgen 100 punkte und also ich habe mal kurz über meine accounts bin ich kurz mal rüber geflogen und bin dann bei ihm hier hängen geblieben und wir haben auch eine reihe neuer aufgaben hinzugefügt die habe ich jetzt allerdings noch nicht gefunden so eine ganz eine ultra frische aufgabe die so hyper neu ist die habe ich noch nicht gefunden das hier ist ja okay drei drei sterne im im klankrieg alles klar ja im moment mache ich eigentlich gar nichts ich mache glaube ich weder mauer im mehrspieler kämpfen eine stunde 75 mauerteile kann man eigentlich machen eigentlich kein schlechtes game ein bisschen ein bisschen erdbeben zauber und vielleicht eine karre die immer so durchmauern muss ach komm da machen wir mal das machen wir mal ich bin noch aktuell im boost und ich würde sagen den wollen wir auch ausnutzen und wollen das nicht verfliegen lassen die frage ist eigentlich jetzt was und was mache ich jetzt ich muss nur noch vier sachen gleich machen und dann bin ich fertig mit dem dorf pushen richtung legende mal einmal kurzen ausflug machen der toto nach legende oder aber ich droppe ohne ende so dass ich mal die errungenschaft kriege mit dieser unzerstörbarkeit da wo du dein dorf so oft hast angreifen lassen müssen verteidigen müssen aber ich glaube ich hatte euch das kurz und machen wir gleich einen angriff so ist zwar immer eine doofe floskel zu sagen aber den nehmen wir mal mit ich habe eine ganz komische truppe am start ich weiß es ist eigentlich tatsächlich das ist überhaupt nicht meine armee das ist gar nicht meine armee ich mache das hier nur für für dieses eine spiel hier wo man das braucht bei dem beim beim passen mit den eil zaubern deswegen mache ich das eigentlich das ist eigentlich tatsächlich der einzige hintergrund weswegen ich mal mit einer luftarmee hier angreife und nichts anderes aber mal sehen wie weit wir da kommen der hat schon mal keine klanburg das schon mal nicht schlecht und mit dem zweiten mauerhaini warte ich allerdings noch so ein bisschen und okay meine queen geht aber in jedem fall rein das ist nicht schlecht aber wo der doch einiges im ausbau hier das heißt ich habe jetzt gar nicht ich habe jetzt gerade gar nicht so viel okay der geht nach der alles klar okay er geht dann nach da der mauerhaini und schaffte aber noch gerade so die mauer aufzumachen okay mal gucken ich nehme mal hier den king denn ich glaube jetzt schießt gleich schon der inferno turm und das ist ein single der tut natürlich fürchterlich meiner meiner queen weh aber ich bekomme vielleicht bekomme ich ja auch meine luftabwehr weg okay eine haben wir weg ich muss allerdings auch nicht da ist die queen da noch dabei okay dann nehmen wir die da mal in wut dass vielleicht denn doch noch mal da richtung single geht mal gucken nicht dass ich mein king da vergesse oder ist da war sie okay da war sie und dann muss ich jetzt allerdings über diese seite hier mit meinen ballons rein und mit ihm hier ihm hier er steht auf luft wunderbar hier noch ein paar loons hinterher gezogen noch ein hund oh leute das geht das dauert alles ganz schön wieso kriege ich denn den den mal wieder nicht raus hier so jetzt aber jetzt geht das hier durch und jetzt muss ich hier allerdings auch ein ein bisschen hart mal frosten so da haben wir das haben wir noch gemacht allerdings das rathaus wird das jetzt noch aktiviert haben wir das noch gerade so gekriegt ja das haben wir gerade noch so gekriegt wunderbar eilzauber alter ich bin ja echt ein guter schmeißer des eilzauber ich merke das schon aber immerhin rathaus haben wir bekommen das ist nicht schlecht und das geht eigentlich mal klar kann man ein bisschen mit üben mit der ganzen taktik hier allerdings ist hier unten noch die royale championnatin und aber meine ist nicht an ihr das ist ein ist nicht mehr am start aber vielleicht geht ihr jetzt noch kaputt wenn die ballons hier ab werfen denn da ist noch eine schade die schafft das nicht ganz die schaffen das nicht ganz aber dass der felsen werfer da der schleuderer der scattershot der wird jetzt natürlich meinen loons hat zusetzen aber eigentlich kann ich mal so schlecht gemacht er hatte jetzt natürlich keine klar und etwas im ausbau ausbaufähig würde ich sagen ausbaufähig in jedem fall und wo jetzt aber ich bin jetzt aber da oben schon über zehn millionen das natürlich ist natürlich krank und jetzt ist die zeit auch um ja 20 pokale wieder gemacht richtung in welche richtung bewege ich mich denn eigentlich ich bewege mich richtung titan glaube ich und neuen mauern haben wir schon geschafft von 75 okay das ist nicht schlecht aber ich will jetzt eben noch mal nachbauen muss ich die eigentlich noch mal nachbauen hier im pass ich sehe gerade das horrorspiel okay 25 stück alles klar muss ich noch zweimal spielen aber ich habe schon ich habe ja schon ich habe schon jetzt den roboskin mal gucken ob der uns glück bringt dann mache ich den schon mal glaube ich gerade weiter beziehungsweise ich equippe den mal obwohl er echt nicht so schick ist gewöhnungsbedürftig aber wir gehen hier mal mit robbie tobi und das flieger tut hier in die nächsten spiele rein dass das nehmen wir ruhig noch mal und die dinge absammeln okay naja ich habe drei bauarbeiter frei das seht ihr und dann kann ich jetzt 9 8 10 8 das wird eine ganz ganz enge kiste ich muss mal eben schauen wo ich eigentlich weitermachen wollte ich glaube das ist auf dieser ecke hier das ist dann eine mauer ihr seht ich kann noch drei von denen machen das waren zwei mauren das waren drei mauren und das ist die letzte mauer leute die letzte mauer ich bin durch ich bin absolut und jetzt bin ich auch ziemlich blank da oben sehe ich gerade aber ihr seht es nichts mehr was ich neu ausbauen muss drei sachen laufen jetzt noch die goldmine und zwei bohrer für das dunkle elixier und dann war es das hier also nie wieder farben naja nicht nicht ganz würde ich würde ich mal so sagen hier können wir ja noch ein bisschen was rausziehen aber was macht man denn jetzt eigentlich kauft man sich jetzt flaggen oder so ich war ja schon ewig nicht mehr in dieser situation dass ich das so machen konnte so wir bilden ja aus dass ich das so machen konnte und das ist das natürlich richtig krass dass wir hier gerade ein paar hocks geben hocks gut und ja ich war noch nie in dieser situation also ich gucke mir das jetzt mal ein bisschen genauer an von oben und die gems werden hier auch beim toto nie weniger die werden immer mehr denn ja ich gebe ja ich gebe eigentlich nichts aus ich habe jetzt die letzten sachen ausgegeben für ich glaube irgendeinen trank hier oder sowas aber es ist wird eigentlich nur mehr und nicht erst erst mal nicht weniger aber die schlechten zeiten kommen noch und dann müssen wir sicherlich ja auch mal wieder so ein bisschen in das gemgab rein das heißt also auch mal wieder ein bisschen ausgeben aber erst mal steht ja kein update an und naja da bleibt es abzuwarten wie wir hier weitermachen also da könnt ihr mir gerne unten meine kommentare reinschreiben pushen oder nicht oder pushen oder luschen denn ich muss noch unbedingt dieses na was heißt unbedingt muss ich das nicht machen aber ihr seht ich muss mich noch gegen 5000 angriffe wehren und das sind ja noch ein paar also da weiß ich nicht wo die reise hingehen soll denn ich glaube wenn man oben oder wenn man jetzt wenn ich jetzt nach legende pushe dann kriege ich den erfolg erst recht nicht weil da oben des eigentlich noch noch weniger als dass man jetzt erst mal runter geht auf was weiß ich silber oder so was ja auch nicht ganz so einfach ist das dauert ja auch unheimlich lange und lass mich dann immer angreifen damit ich diesen erfolg habe ich muss noch mal im discord gucken ich glaube das hatte die tage einer von unseren membern auch gemacht oder vor wochen und das dauert unheimlich lange glaube ich naja ich will jetzt aber gleich noch mal mit dieser armee hier angreifen muss allerdings noch mal kurz durchrecken ich warte immer eigentlich warte ich immer ja auf einen zauber den ich mal wieder jetzt schon wieder verkehrt gebaut habe denn ich muss hier ein heilmeer haben das ist ein hybrid den übe ich auch im moment so ein bisschen nebenher weil jetzt kann ich ja eigentlich ganz ganz gut so ein bisschen mit dieser mit diesen sachen üben hier vor allen dingen mit den mit den fass rollern und hier mit dem hybrid angriff also es wird es wird beim toti aber ich glaube die gegnersuche überspringe ich euch diesmal diesmal ganz ich gehe nur kurz in die wolken dann habe ich einen schnitt und dann sehen wir uns zum nächsten angriff wieder über den wolken ja die wolken mal gucken ob ich mich hier auch einem single entfernung nähern kann oder nähern darf oder soll ich das nicht machen doch ich mach das mal wir können ja jetzt ganz ganz lock ich flocke ich ein bisschen üben und so ein bisschen queen charge screen walk was man halt alles so macht und das ist jetzt ein bisschen laut für mich ich hoffe nicht für euch und jetzt muss ich mal eben gucken wo ich hin fallen kann dass meine queen in die richtige richtung gelaufen wird oder wird gezwungen wird das sieht aber noch ganz gut aus aber geht die wieder zurück das ist jetzt die große frage geht sie zurück oder geht sie jetzt oh die geht schon zum single shit ach jetzt hat er gar nicht mehr geschossen ja tolle wurst naja jetzt hat er gar nicht mehr geschossen wo geht der mauerbrecher hin der geht nach da okay dann müssen wir das jetzt so weitermachen dann müssen wir das jetzt so weitermachen das ist nicht so schlimm hier wechseln wir eben mal und ich lass mal mein king hier hinten mit laufen weil denn die queen ich weiß gar nicht wo die jetzt hingeht gucken wir mal die wird jetzt wahrscheinlich richtung mauer oder sowas gehen aber schauen nehmen wir mal hier noch magier mit bei und hier noch mal zwei ballons und dann müssen wir gleich von der anderen seite anders disponieren oder klarnburg scheiße oh 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 leute der klarnburg der hat klarnburg ja dann kann ich aber hier hinten schon mal mit dem anderen part anfangen jetzt einmal den hier raus und einmal noch den ballon gesetzt und wir nehmen die drei boogies hier mit jetzt muss das da hier muss das jetzt weg gehen das lager dass ich jetzt auch queen 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 nein 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 noch nicht aber jetzt muss ich eigentlich ein bisschen schneller werden hier ich zünde jetzt mal schon mal die queen meine hocks hier raus ok ich weiß die mauerbrecher waren jetzt suboptimal das sehe ich ein leute dass ich eigentlich nehme jetzt schon mal den worden hier und nehme noch mal meine queen hier in pflicht die ziehe ich mit außen rein der worten war sicherlich etwas zu früh aber das sieht noch ganz gut aus wo gehen meine ganzen hocks hin dann heile ich die dort noch mal durch wo ist der wort der worden steht noch auf luft alles klar toto alles klar luft worden naja rohlt funktioniert oh man schön wäre so eine erinnerung achtung spieler worden steht bei deinem angriff noch auf luft okay aber gute pokale gerade gemacht 19 ich glaube ich kriege das in dieser einen stunde gar nicht hin hier mit den vielen mauern das heißt also ich habe jetzt nur noch 26 minuten zeit das ist ein bisschen wenig deswegen würde ich sagen wir nehmen wir nehmen die mal nur das zeige ich euch aber glaube ich nicht in dieser folge das ist ein bisschen doof ich nehme aber schon mal die zauber mit die ich dann danach wieder brauche hier bauen wir ein maschinchen nach ja so passt das dann kann ich jetzt fröhlich weitermachen und ja ich wollte einfach nur den ich wollte den status mit euch festhalten nie wieder fahren bis zum nächsten update dann oder nein natürlich nicht so so schlimm wird es jetzt nicht sein aber ich bin ja erst mal ich meine ich bin jetzt das wirklich das erste mal voll durch hier muss nichts mehr bauen und das nächste update kann kommen ich kann mal ganz entspannt wie die lager vollfahren mal sehen was denn eigentlich kommt es ist ja noch gar nichts angekündigt großartig bis auf diesen kleinen schwarzen liegt mit das wohl eine neue super truppe kommt aber ich kann mir vorstellen dass es wieder ein paar mauern gibt und vielleicht die ein oder andere defensive einheit dann auch hoch geht und vielleicht auch eine truppe oder sowas mal gucken ich werde jetzt auf jeden fall mal ganz ganz viel antesten ganz ganz viel rumspielen hier und ihr schreibt mir bitte in die kommentare ob oder top also legende oder droppen und um den erfolg mal fertig zu bekommen dann sehen wir uns in jedem fall auf anderen dörfern und da sind sicherlich auch natürlich wieder auch von den rathaus 13 dorf das bleibt auf jeden fall nicht aus ich wünsche euch ein schönes wochenende haben kohlen ja hatte ich habe einen coolen regen ich muss jetzt mal den regengott hier anbeten dass es auch hier im westen regnet denn ich habe schon wieder ein bisschen sorge dass es hier vorbeiziehen wir brauchen unheimlich unheimlich nötig das wasser also von von oben und dann können wir aber in jedem fall am wochenende ein bisschen stream also heute haben wir schon hcbl bayern gegen los resort auf meinem kanal twitch tv und ja dann gucken wir mal was das wochenende so mit sich bringt vielen dank leute fürs zuschauen bis dahin euer toto so Bis zum nächsten Mal.